Das ist eine Werbeanzeige für Play Shifu. Oh, so langweilig. Oh. Oh. Orbut Earth, ein smarter Globus, der mit Augmented Reality begeistert. Wow. Wir wollen damit spielen. Ja. Oh. Run. Wow. Los geht's. Yeah. Lass es uns aufmachen. Yeah. Los geht's. Wow. Wow. Das ist Orbut Our Earth. Du kannst scannen, interagieren und lernen. Lass es uns schnell aufmachen. Yeah. Wow. Wow. Hm. Hm. Chris, schau. Wir brauchen dein Tablet. Yeah. Mike, ich habe es. Lass uns die Welt erkunden. Yeah. Chris, schau mal auf den Stern. Wo ist ein Stern? Wow. So cool. Wow. Wow. Ein Hubschrauber. Wow. Das sind die Tiere Europas. Chris, zeige mir Ägypten. Okay. Ich habe England gefunden. Hä? Hä? Wow. Das ist Japan. Ah. Ich mag sein Kostüm, Mike. Chris, jetzt bin ich dran. Okay. Lass es uns tun. Mexiko. Ich liebe Tacos. Was? Das ist so lustig. Chris, schau. Indien. Hallo. Ah. Namaste. Wow. Tada. Mike, das war lustig. Yeah. Ah. Was ist das? Hm? Pass. Chris. Idee. Wow. Das ist cool. Reisewettbewerb. Hä? Was bedeutet das? Wow. Cool. Mal sehen, wer mehr Stempel bekommt. Bist du bereit? Drei, zwei, eins, go. Yeah. Ja. Tschüss, Chris. Tschüss, Michael. Tschüss, Michael. Oh nein. Wartet, Leute. Wartet. Wohin wollt ihr? Ich gehe nach Indien. Frankreich. Sahara. Hawaii. Okay, Kinder. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Los geht's. Mal sehen, was es in Indien Interessantes gibt. Wow. So schön. Es ist ein echter bengalischer Tiger. 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 Oh, was ist das? Frankreich. Essen, Fashion und Spaß. Lasst uns Paris erkunden. Oh, schau, da ist der Eiffelturm. Eiffelturm, der weltweite Favorit und das Wahrzeichen Frankreichs. Es ist Zeit für die Checkliste. Oh, schauen wir uns die lokale Küche an. Cherami, bonjour. Une baguette, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Magnifique. Wow, Frankreich hat so viel Spaß gemacht. Nächster Halt ist Hawaii. Und ich gehe in die Sahara. Wow, ich bin in der Sahara. Es ist ein Kamel. Es ist so groß. Ah, ah, der Sand ist so heiß. Ah, ah, ah. Lass uns surfen gehen. Wuh, wuh. Oh, ein Vulkan. Ah, was für ein schöner Tag. Yay. Das war lustig, Chris. Yeah. Wie war deine Reise, Mike? Paris war toll. Hawaii auch. Lass uns die Stempel draufdrücken. Indien war so toll. Yay. Frankreich. Yay. Das war wirklich super. Lasst uns weitermachen. Yay. 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 Fertig. Yay. Alles fertig. Mike, Mike, Mike. Ich habe zehn Länder. Hä? Karamba. Ich habe nur sieben. Chris, ich glaube dir nicht. Mike, lass uns ein Zauberquiz mal. Es schlafen. Oh. Aha. Hallo Kinder. Seid ihr bereit für das Quiz? Los geht's. Wo befindet sich der Burj Khalifa? Hm. In Dubai. Gut gemacht. Die nächste Frage. Welche Funktion hat der Panzer einer Schildkröte? Hm. Schutz vor Gefahren. Okay. Ja, das ist richtig. Ja. Kinder, seid ihr bereit für die letzte Frage? Wann wurde der Taschenrechner erfunden? Ideen? Ah, 1589, 1642. Lass es uns prüchen. Ja, das stimmt. Juhu. Gut gemacht. Okay, Chris, jetzt glaube ich dir. Es war so cool, mit Orbut neue Länder kennenzulernen. Oh, wirklich? Und ich habe so viele interessante Dinge gefunden. Das ist großartig. Danke, PlayShip for Orbut, dass ihr uns geholfen habt, dieses Video zu erstellen. Yeah.